Okay, das ist die Treppe. Weitermachen, da guck ich mal. Ich glaub, ich müsste doch auf dem zweiten Slot. Scheiße, da kommt schon der Spacko. Neue Speicherdatei. Sehr schön, hat er gemacht. Ja, komm, wir machen mal so fertig. Hast du nicht kommen sehen, mein Freund? Das schwör ich. Nicht bei Gott, aber ich schwör das so. Ja gut. Muss ich jetzt mich immer dran gewöhnen, mehr als einen Speicherplatz zu belegen, weil... das sollte man... Hätte ich mir eher angewöhnen lassen. Ist ja nicht das erste Spiel, wo schon mal so ein Schritt passiert ist, aber das ist er glaub nicht einfach. Okay, da hinten, da stehen voll die Premium-Leute, das macht mir ein bisschen Sorgen. Was ist da los? Was ist mit einem Premium-Typ? Alter. Ich bewache die Zelle. Oh oh. Mir gefällt das nicht. Vor allem, das ist so ein Klopper. Scheiße, Alter. Hört schreit dann anscheinend nach so einem Miniboss-Kampf. So, dich werde ich erstmal sneaky von hinten platt machen. Totenkopf, Totenkopf, Totenkopf. Scheiße. Mann. Lass mich raten, der Dicke kommt auch gleich angerannt. Nein, der Schlag nach unten, der kann ja unmöglich treffen, wenn er sich da so schön bückt. Ist das überhaupt nicht möglich, ne? Richtig schöner. Alles klar, der Chilter. Gut. So, dann hätte ich den Mistkäfer ausgeschalten. Ich meine, guck mal, ganz ehrlich, der guckt mir doch zu. Was habe ich hier? Ah, da ist das Schwert von uns, der da durch die Wand packt. Aber ist auch okay. Der kann schön da hinten bleiben erstmal. Dann will ich nämlich die andere Wurst, die... den da. Den möchte ich gerne platt machen. Um dann den, den fetten da richtig ein Ende zu bereiten. Qualvolles. Oh, bleib bloß da hinten stehen, Dicke. Kümmer dich mit Zelle. Guter Junge. So. Dann werde ich hier nämlich schon mal ein Rept können drehen, damit ich... da gleich die Zelle öffnen kann, nachdem ich... den... fetten... Typen... richtig... platt gemacht habe. Erstmal schön fett anspringen, wie so ein Kröter. Mh! Ja, mein Freund. Bäm! Wolltest du geradeaus holen, mein Freund? Oh, scheiße, das ist so einer der... Oh, fuck. Auch nur am Verteidigen. Das ist so eine Mischung aus dem Typen, dessen... Ding ich habe und einem Soldaten, oder wat? Springst du auch zurück? Schei... Aufstehen, Cain. McCain! Warte mal, wir müssen uns schummeln. Alter, Alter. Ja, aber klar, der folgt mir aber noch, ne? Ich muss mal eben gucken. Ich habe gerade vergessen. Ich glaube, den da hinten habe ich schon ausgesaugt, oder? Würde ich nämlich mich einmal kurz hintenrum schleichen, gucken, ob ich noch ein bisschen Energie abzuhalten kann. Kann ich eigentlich für diesen Typen hier? Ne, ne? Nein, das ist wahrscheinlich wieder nur da, um mich zu ärgern. Toll, Alter. Ich werde ihn aber auf jeden Fall gleich nochmal anspringen, durch die Feige, weil ich es nicht anders geschissen kriege. Da muss ich, glaube ich, verteidigen. Das Problem ist nur einfach nur so ganz schnell diesen... ...angriff, wo ich ein Problem habe. Oh, scheiße, ich habe dich ausgesagt, oder? Der Kurzzeitgedächtnis. Fuck. Nee, nicht bannen. Springen. Scheiße, Alter. Warum müssen die mir auch mal so einen Klopper dinsetzen? Die wissen doch, dass ich nicht so jung bin. Ich finde es auch doof, dass ich hier so keine Lebensanzeige von dir er... Oh, Gott sei Dank. Alter, ich hole mir dieses fette Breitschwert. Da kannst du deinen Arsch drauf verwenden. Das nehme ich. Das ist meins. Boah, der ist aber ordentlich Saft, du. Heftig. Boah, guckt euch mal das Ding an. Hammer. Damit kannst du richtig gut ein Brot zuschneiden. So, Uma, mein Puma. Jetzt wollen wir dich mal ein bisschen befreien, habe ich gehört. Sexy. Uma. Äh, schicker Käfig. Woran bist du festgemacht? Ich sehe nichts. Beides. Du kommst da nicht durch, das ist jetzt schon. Scheiße. Fetschall. Echt mal. Ja. Soll ich dir sagen, bevor du mich befreit hast? Ja. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ah, du blöde Kuh. Ich würde meinem Retter Vertrauen schenken. Pff. Die Information ist allein für Burador bestimmt. Vertraut ihr mir etwa immer noch nicht? Erst wenn du mich befreit hast. Ah, die ist nicht dumm, die Kleine. Ich bin gleich wieder da. Okay, wo soll hier die Glyphe sein? Ich weiß nur, dass da außen eine ist, aber damit öffnen wir das Tor. Jetzt muss ich mal gerade... Also, wenn ich hier jetzt umschalte, da komme ich da doch gar nicht rein. Nein, nein, ich will das Pornöseschwert. Ich will nicht diesen kleinen Klappspaten da. So, jetzt komme ich doch da gar nicht durch. Oder? Nee, aber das müsste doch frei sein. Oh, Alter, das sieht nach richtig viel Schatz aus. Ähm, joa. So ist es mir ein Problem. Muss ich vielleicht da irgendwie rein? Nee, guck mal, da oben, da muss ich doch rein. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da oben rein, weil das Springding wird ja... Ich komme ja nicht mal hier oben drauf. Doch, komme ich wohl. Da oben ist ja ein Loch. Aber meine Springfähigkeit ist zu beknackt, dass es funktioniert nicht. Scheiße. Entweder kann ich vielleicht da hinten... Kann ich hinten weiter? Also, dass ich... Irgendwie in einem Turm irgendwas hochkraxel. Oh Gott, das muss ja möglich sein. So, ich raten, die Schastel geht nicht auf. Nee, war ja klar. Das ist auch nur Deko. Scheiße. Da bringt mir auch nichts, den Platz zu machen. Ja, mein Blut läuft, das weiß ich. Hier oben. Warum kann das kein Fahrstuhl sein? Darf ich noch mal einen Snack? Für schlechte Zeiten? Sie gucken, hier oben komme ich nicht zufälligerweise irgendwie raus und dann... Scheiße. Bestimmt liegt die Lösung auf der Hand und ist so einfach und ich bin so inkompetent. Das kann sein, weißt du, das passiert manchmal schon mal. So, dich... Töte ich mal eben und ess dich. Äh, safety first. Okay, Uma, mein Puma, wie machen wir das denn? In der Zelle war ja nix, ne? Also ich gucke mich dann doch noch mal kurz in der Zelle um. Vielleicht komme ich auch von der Zelle irgendwie nach da oben. Aber... Ich weiß auch gar nicht, muss ich zwangsläufig... Aber ich muss das hier doch... Also... Guck mal, das müsste doch jetzt da nämlich reingehen, wo halt da dieses, dieses Dings hier ist. Da für sie da... Da, da. Ich kann mich hier aber auch nicht richtig umgucken. Da kann ich vielleicht irgendwie eine Statue missbrauchen. Hier, warte mal, ich kann hier was ziehen. Ach, krass. Aha. Jalala, aber so wird ein Schuh draus. Ja, guck mal, gut, dass wir uns da nochmal umgeguckt haben. Ich blöde Kuh. So einfach. Ja, gar kein Problem. Dann drehen wir halt dann mal das im Rettkirn. Ey, und dann holen wir jetzt die jute Dame mal eben die Holdenheit da raus. Na, weil Edelmann, wissen wir ja. Cain war ein Edelmann tatsächlich. War gewesen, ne? Plus Quam. Perfekt. So, und jetzt holen wir dich da raus. Oh, ja. Spiel nicht die Starke. Sobald wir im Feind sind, kann ich uns mit einem Spruch zum Heiligtum teleportieren. Oh, ist das nicht süß. Oh, er hält sogar ihre Hand. Nein, wie neglich. Oh, scheiße. Lord Sarafran. Du siehst aus wie... Also nur mir. Das Schwert, das einst mir gehörte. Mit seinen widerlichen Klauen. Was haben wir denn da? Du kennst mich. Nein. Ich habe dich vernichtet. Wie will los? Dein Name ist im Stimmel der Zeit im Wunder gegangen. Anscheinend nicht. Ich habe deine Pläne durchkreuzt und dich in die Verlangenis gestürzt. Soll ich das auf deinen Grabstein schreiben? Glaubst du wirklich, dass du mich töten kannst? Diesen wahr hast du vor langer Zeit mit deinem Blut bezahlt, als ich dich besiegte. Dennoch hast du nichts dazu gehört. Nope. Dass du eine Adam-Singer-Greatur bist, magst es mich erneut herauszufordern? Nette Armgesten. Bisschen zu viel. Irgendwann kommst du zu mir. Er ist doch schon da. Oh. Ja, Glück im Unglück, ne? Ja, danke, Uma. Dann hast du jetzt das Mädel in den Arsch gerettet. Damit sind wir quitt. Oh, sie ist gerade zusammengebrochen. Oh. 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 Ein bisschen, aber nur. Hättest du doch klar sein müssen, dass das Schwert irgendwie weg ist? Nicht großer Schlüpfer. Du hast wichtige Informationen, ich weiß. Sprich ganz offen. Ich war in der großen Fabrik im Industrieviertel. Bevor mich die Wachen fanden, hatte ich in einer riesigen Kammer ein magisches Portal entdeckt. Durch dieses Portal sieht man an einem Ort, den ich noch nie gesehen habe. Das Portal wurde von einem magischen Stein, der auf einem Sockel lag, geöffnet. Vorador, ich glaube, ich habe den Nexus-Stein gefunden. Den Nexus-Stein? Natürlich. Was ist das? Rede. Der Nexus-Stein ist ein mächtiges Artefakt. Er vermag Raum und Zeit zu ändern. Mit seiner Hilfe gelangt man durch magische Tore an jedem Ort in Nosgott. Ich frage mich, wozu ihn Lord Sarrafan im Industrieviertel braucht. Ich will mir später Harry Potter zu geben, ist auch ganz klar. Nicolas Flamel, der Steiner Weisen, weißt du Bescheid, ne? Oh Mann, ey. Der Träger des Steins kann durch den Soul Reaver nicht verletzt werden. Ach, krass. Ich hoffe, das ist keine Legende, die sich in letzter Sekunde als falsch erweist. Oh nein, das ist keine Legende. Der Stein hat seine Macht bereits bewiesen. Lord Sarrafan trug den Stein, als er dich vor 200 Jahren besiegte. Aha. Was? Wie sonst hätte er der Macht des Soul Reavers widerstehen sollen? Du konntest die Macht des Schwertes nicht entfesseln. Nur deshalb hat er dich besiegt. Oh, jetzt hat er geschummelt, der junge Mann. Aha. Ich will den Stein, der laut töten, unter allen Bedingungen. Wenn ich den Stein erst habe, gehört er mir. Ich hoffe, das ist euch klar. Du bist also fest entschlossen, Lord Sarrafan zu töten. Er wundert dich, dass Vora-Dor. Natürlich will Cain den platt machen. Er entschlossen, seit ihr mich zu neuem Leben erweckt habt. Niemand bringt mich davon ab. So sei es. Gehe durch den unterirdischen Gang zum Industrieviertel im Nordosten der Stadt. Finde einen Weg durch das Tor, mit dem das Viertel abgeregelt wird. Ich bin sicher, dass dir etwas Passendes einfällt. Natürlich. Wenn du im Viertel bist, geh direkt zum Hauptgebäude. Dort wird der Stein aufbewahrt. Ich komme mit dem Nexus-Stein und dem Kopf von Lord Sarrafan zurück. Yay, also das sind ja echt mal wilde Armgesten, muss ich sagen. Ich verließ die Sicherheit des Heiligtums und tauchte erneut in die Dummheit. Das Industrieviertel von Meridian war wirklich eine schwer bewachtete Festung. So mischte ich mich unauffällig unter die Arbeiter und begab mich auf die Suche nach dem Nexus-Stein. Aber lass mich raten, ich muss jetzt gegen dich kämpfen, oder was? Ach nee, nur abgelenkt und jetzt gehe ich da rein, oder was? No, this is a key. Was ist das denn? Nee, geht gar nicht. Huggy, shuggy, buggy. Jawohl, dann sind wir jetzt hier im Viertel. Der Boden sieht voll morsch aus. Rumpen. De fuck, was denn das? Kann man das anpacken? Und was passiert, finde ich jetzt? Ein Schalter drücken? Okay, geht's geradeaus. Das macht was. Nicht, ne? Dann drehe ich das einfach mal auf den anderen Hebel. Okay, dann... Ich habe keine Ahnung, wo das überall hingeht. Ah, hier hin. Ja, Bombe. Habe ich total übersehen, dass hier was ist. Ja, läuft, ne? Läuft bei mir. So, dann hier mal durch. Und hier durch, und... Oh, fuck it. Lasset mich raten. Ich kann wieder zurückgehen und dann da den Schalter... Oh, Gott. Und auch noch so ein... Ganz ehrlich, den mache ich jetzt. Ich habe keinen Bock, mir da so einen Abzug quälen. Bäm. Boah, da musst du ja richtig schlechte Augen haben, wenn mich jetzt erst im Deck passt. Nochmal einen mitgegeben, sehr schön. Päm, päm, päm. Ah, Junge, dann komm hier. Bitte nur leicht eingriff, bitte, danke. Oh, nein. Oh, ich hätte ausbrechen müssen. Jetzt schnell gehen. Ja, immerhin noch am... Wieso leuchten seine Augen rot? Das ist kein Vampir. Ja, hör auf zu lachen. Komm hier, kotzen. Warum kann ich ihm dann nicht nochmal einen mitgeben, wenn er da die tolle Attacke macht? Komm, jetzt verreck einfach. Nein, ich tue dir nicht weh. Ich will nur ihm jetzt erst mal. Sehr schön. Gib mir dein Blut, gib mir deine Waffe und dann machen wir das mal hier mit dem Schalter. Aber jetzt... Nee, 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 wir nehmen doch die Truhe mit. Die Truhe. Sehr schön. Liebe ich. Hm. Aber wieder kaum was drinne. Ätzend. Der ist jetzt auch ganz ruhig. Habe ich gerade irgendwas gehört, was mir nicht gefällt? Das müsste ja auch bleiben. Hoffe ich. Dann gehe ich jetzt eben nach unten. Beziehungsweise hier im Leben an. Ich möchte das einmal für oben. Oh, die Tür ist ja offen. Die müsste jetzt aufbleiben. Wenn die automatisch zugeht, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich irgendwie wieder in die Kiste finden, was ich da vorschieben kann. Nee, sehr schön. Anders hätte ich es mir auch gar nicht gewünscht. Dann machen wir mal jetzt hier das charmante Ding. Boah, das ist auch wieder so eine Hin und Her renn. Scheiße. Er wird total überflüssig. So, perfektes Timing und dann durch. Im Arbeiterviertel. Eine Badewanne oder was ist das? Mehr als eine Badewanne. Okay, ähm. Hier ist ein Speicherpunkt. Den nutze ich auch als Cut. Dann nehmen wir jetzt erstmal, das überspeichern wir. Entweder sehen wir uns gleich direkt wieder oder in der nächsten Folge. Bis dahin, auf den Spaß und weh hee.